Den Teddy. In der Kategorie Best Short Film überreichen die drei Hauptdarsteller des brasilianischen Films The Way He Looks. Und die bitte ich jetzt auf die Bühne. Begrüßen Sie Guilherme Lobo, Tess Amorim und Fabio Ordi. Please come up on stage. Hello. Good evening. Good evening. Hello. And before we start, we're gonna have a look at the nominees. Hier sind die Nominierten für den besten Kurzform. Die Nominierten sind also Rosas Brancas, Mondial 2010 und TIT. Yes. And Guilherme is gonna tell us who the winner is for Best Short Film. Well. And the winner is Mondial 2010 by Roy Dibb. Congratulations, Roy Dibb. Please join us on stage. Congratulations. And right now we're gonna have a short look at your film. einen kurzen Ausschnitt aus Mondial 2010. Wuhu! Wuhu! út bis m bildial. singing Huh, poorGBYan. Wuhu! How about your mom or how badly are baby tribal?, Especially in the deep passiert society. It's a bloop. Now I have a hard one here, to say we've made random ellos. Know Kale blah Zylnen? Wuhu! Go alone! Way ge rêvu. Nein, ich bin nur ein ganzes Beleid. Wir haben uns jetzt zum Fußball. Ja, ich bin nicht so großartig. aber es ist auch ein Zeiss. Ich bin nur ein Zeiss. Es ist mir nicht so großartig. Wir müssen nicht noch ein cooles Spiel auf dem Spiel. Wie ist es, oder? Ich bin sicher! Ich weiß, wie ist es. Wir werden uns hier auf dem Spiel auf dem Spiel auf dem Spiel auf dem Spiel. Es ist alles gut. Ich bin ein bisschen schlafen, wenn ich mich über die Hände erzähle. Ich bin ein Däktor. Nein, nein. Ich bin ein Däktor. Ich bin ein Däktor. Ich bin ein Däktor. Ich bin ein Däktor. Das war die kurze knappe Jürgenbegründung, wie sich das für ein Kurzfilm gehört. Roy, it's your microphone if you want to thank anyone. Yeah, thank you, it's in fact my first award in my life. I want really to thank all the people who helped me in realising this film. Thank you for the Teddy and for the Berlin Ali. Thank you. Congratulations, Roy Dill. And thank you very much Guillaume Lobo, Tess Amurim and Fabian Ode. Thank you.